Hey Leute, ich bin's Jay. Aber das wisst ihr ja schon. Wer lesen kann, ist natürlich auch ganz klar ein Vorteil. Und heute gibt es ein kleines Tutorial. Ich werde sehr oft gefragt, Hey Jay, wie faltest du eigentlich deine Bandanas? Und genau aus diesem Grund gibt es heute die Auflösung zu der Frage, Hey Jay, wie faltest du eigentlich deine Bandanas? Wie man ein Bandana genau denn faltet, das zeigt euch heute der gute Jeff. Ja du, es gibt hier nur einen Jeff. Aber ich kann das nicht. Oh doch, du kannst. Aber... Gibt kein aber. So muss ich dir erst wieder Chili-Dori-Dose in den Arsch blasen. Aber Jay, ich kann kein Bandana sein. Ich kann auch Regami. Soll ich dir zeigen? Pass auf. Pass auf. Ein Nüsschen. Ein Toastbrot. Ein Buddha. Jeff, tu mir einen Gefallen. Tu den Buddha weg und fang endlich an Bandanas zu falten. Okay. Zuerst willst du deinen Bandana glatt auf deiner Arbeitsoberfläche legen. Jeff, es reicht. Okay. Jetzt nimmst du irgendeine Ecke. Aber nicht die. Die auch nicht. Die südlich von dir. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, das will ich. Jetzt leg die Ecke auf die gegenüberliegende, sodass es ein Dreieck ergibt. Und jetzt? Jetzt nimmst du circa zwei Zentimeter von dieser oberliegenden Ecke und fängst an zu falten. Und weiter und weiter, bis du unten ankommst. Ich habe den Bandana gefallt. Wow. Das habe ich gemacht. Kein Scheiß. Ich war dabei. Das war ja ganz einfach. Und so einfach faltet man sein Bandana wie ein Jetpack. Jeff, ich habe dich lieb. Ich habe dich auch lieb. Sei bitte leise, wenn ich rede. Cool. Ich hoffe, dieses Mini-Tutorial war euch hilfreich. Wenn ja, dann Glückwunsch. Jetzt wisst ihr, wie man einen Bandana faltet. Wenn nicht, dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Naja. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Woh! Woh!